herzlich willkommen zu einem button video auf meinem kanal heute gibt es wieder ein nice snapshot oder vielleicht sogar gleich zwei denn die letzten zwei snapshots 21w18a und 21w19a waren wieder mal zwei kleine snapshots deswegen gibt es heute eine zusammenfassung von den beiden wer nicht weiß was snapshots sind das sind so kleine ausschnitte aus dem zukünftigen update die community anschauen kann und bewerten kann fangen wir mit dem ersten snapshot an nämlich 21w18a in diesem wurden wieder mal ein paar kleine sachen verändert einmal wenn ihr seht ihr sehen könnt wurde verändert hier rechts solltet ihr sehen dass es entfestet ist und dass da nicht entfestet ist und früher konnte man bei dem entfesteten einfach draufhauen und dann ist er geploppt wenn ich weiß dass entfestete ist da kommen diese silberfische raus so geht normaler stein und ja der entfestete stein seht ihr schon was es ist die brauchen jetzt einfach länger zum abbauen früher hat man einfach geklickt jetzt muss man ca die hälfte des entsprechenden materials abbauen dann gibt es eine änderung bei den light block wenn ich weiß das ist das ist ein op block das heißt dann kann man sich nur mit slash gif spielernamen light geben das ist ein block da wurde die textur hier ein bisschen geändert mit dem kann man so nicht blöcke setzen sind immer ganz hell dann bei den ziegen wurde noch was ein bisschen geändert nämlich es gibt ja diese ziegen wenn ich weiß was es ist die goads wenn ich weiß wer die sind die machen so komische geräusche und ja es gibt verrückte ziegen die schreien ganz laut herum und ja die sind jetzt auch noch verrückter also die rammen jetzt auch dann gibt es noch eine änderung beim rogold nämlich diesen block hier rogold der hat ein paar text hinzugefügt das heißt die picklings diese dudes die bewachen den jetzt also die bringen dich um wenn du das abbaust und die mögen das jetzt also ganz mit denen ganz sehen rogold geben zum tauschen dann kommen wir zu dem 21 19 da wurden auch wieder ein paar sachen verändert leider ganz traurige sachen minecraft ist ganz 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 böse einmal wurde es slash item das ist ein befehl müsste ich eigentlich nicht interessieren die programmierer unter euch vielleicht da wurde hier das ganze gedönsel dahinter wurde ein bisschen geändert also der command ist anders link in der video beschreibung zu minecraft da seht ihr was erinnert wurde dann etwas vielleicht ein bisschen interessanteres es wurden nämlich die maximale anzeichen in einem dingsens hier wurden geändert früher konnte man da nur 32 reinpacken jetzt kann man da bis zu 50 reinpacken wenn ich zum beispiel jetzt so mache dann ist das ein riesen name tag sieht man schon hier unten und auch bei tieren kann man jetzt eine riesen anzeige wenn man die anschaut super riesen anzeige anzeigen also die können jetzt einfach super viele zeichen haben dann gibt es noch eine weitere sachen nämlich die geoden wurden seltener gemacht das sind diese da diese dinge da diese kuppeln da aus kristallen die sind hier jetzt noch häufig weil ich hier in einem schon generierten gebiet bin aber wenn man weiter weg gehen würde dann sind die deutlich deutlich seltener geworden nochmal was für die programmierer es gibt ja hier diese java version ihr wisst es schon diese kaffeetasse das ist die programmiersprache in der minecraft geschrieben würde ab dem 1.17 update funktioniert die java äh minecraft jetzt mit der neuesten java version also nicht die java minecraft version sondern die programmiersprache java und wir müssten trauern wir müssten alle trauern müssten ganze kubikmeter an wasser weinen denn minecraft war sehr böse minecraft ist natürlich sehr sehr lieb weil sie ein minecraft gemacht haben aber sie waren sehr böse es gibt ja das update im dezember wo die caves und so rauskommen skyxern sensoren bundles und kerzen wurden jetzt auch aus dem aktuellen update entfernt kommen jetzt alle im dezember update weiß nicht warum aber sie sind leider jetzt nicht in diesem update drin leider sehr 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 schade aber bitte jetzt keine hate kommentare gegenüber mojang das war natürlich extra aufgeplüstert von mir die würden schon wissen was sie da machen denn die items sind anscheinend noch nicht perfekt wie sie es wollen das war's am nächsten video lasst gerne ein abo da denn wir haben schon bald die 100 abos geknackt denn ich habe jetzt 60 abos freue mich echt über jeden der meine videos schaut weil es einfach ein sehr tolles gefühl ist lasst doch auch gerne ein like da wenn das video euch gefallen hat dann würde ich sagen macht's gut bis bald und ciao leute